Bilder eines Nau-CH-Lesers zeigen, ein Lieferwagen war kürzlich wegen der Ladung mit offener Hintertür unterwegs. Polizeien erklären, inwiefern das erlaubt ist. Es ist ein kurioses Bild, das sich kürzlich einem Nau-CH-Leser bietet, vor ihm auf der Straße ist ein kleiner Lieferwagen unterwegs, mit offener Hecktür. Wie Aufnahmen zeigen, ist die Tür lediglich mit einer Art Seil befestigt, also immerhin nicht unkontrolliert offen. Geladen hat der Lieferwagen Grüngut, dass er wahrscheinlich entsorgen gehen will. Bei geschlossener Tür hätte dieses wohl nicht Platz gehabt. Es stellt sich die Frage, darf man überhaupt mit offener Hecktür auf der Straße unterwegs sein? Mediensprecher Florian Frey von der Kantonspolizei Zürich erklärt, es gäbe kein grundsätzliches Verbot, mit offener Hecktür zu fahren. Allerdings würden gewisse Regeln bestehen. Er führt aus, so dürfen bei einem Fahrzeug keine gefährlichen Ecken und Kanten bestehen, die bei einem Unfall zusätzliche Gefahren darstellen. Dazu kommt, dass Kontrollschild und Bremslichter gut sichtbar sein müssen. Die Ladung müsse zudem einwandfrei gesichert und die Tür zweckmäßig fixiert sein. Auch Florian Schneider von der Kantonspolizei St. Gallen sagt, dass es grundsätzlich erlaubt sei, mit offener Tür zu fahren. Ebenfalls darf die Ladung unter bestimmten Umständen aus dem Kofferraum herausragen. Wichtig ist aber, eine offene Heckklappe muss gesichert sein, damit sie sich nicht bewegen und oder jemanden gefährden kann. Ähnlich erklären es Philipp Gasser von der Kantonspolizei Bern und die Kantonspolizei Freiburg. Ein weiterer Punkt, den die beiden Polizeien nennen, ist zudem die Länge der Ladung. Diese darf nicht mehr als fünf Meter über die Hinterachse herausragen. Wenn sie mehr als einen Meter aus dem Kofferraum herausragt, muss sie zudem markiert werden. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einer Ordnungsbuße oder einer Anzeige rechnen. Das genaue Strafmess kann unterschiedlich ausfallen. Den konkreten Fall können die Polizeien aufgrund der Fotos nicht abschließend einordnen. Schneider von der Kantonspolizei St. Gallen sagt zusammenfassend, es kann nicht beurteilt werden, ob die Ladung innerhalb des abgebildeten Fahrzeugs korrekt gesichert ist. Das reine Zubinden des Kofferraums reicht nicht. In jedem Fall wird empfohlen, ein der Ladung entsprechendes Fahrzeug zu verwenden. Heißt konkret, im Idealfall hat die Ladung auch bei geschlossenen Türen Platz. Dann ist man auf der sicheren Seite.